Das ist für Sie. Im 1941er Jahr, im 22. Juni hat heute das 2. durchgetrunken. Einer von der ersten haben wir das gelitten, weil wir das gelitten sind. Wir leben Deutschland, wir haben die ganze Fussesapearung bis die letzten Grenze, Das sind 120 Kilometer, die ganzen. 120 Kilometer. So lange ist das von... In der Früh. Die Krieg waren vier Sekunden, die waren raus. Die Menschen liefen, sie liefen zum Bankzale. Wo werden wir, wo die Kinder fragen würden. Wir liefen die Menschen in dieser Bewegung, in dieser Bewegung, wie in der Markt. Geht und sieben Halleluja, wir sind hier nicht selber gelebt, sieben Halleluja. Er ist eine ältere, ich bin ein Arbeiter auf der Lederfabrik. Und da war der Bus vom Lederfabrik. Hier, ich bin ein... Nurig, nurig. Wo er seine Menschen arbeitete, er läuft auf die Ehren, er hat ja keine Ehren, auf seine Lundgäste füttern, die Behörden zu werden. Alle Arbeiter, ich bin alle innen, nicht weniger werden, da werden gearbeitet. Dieser Vorbeigang von uns, bin ich herröschen, den Zugang zu der Mama, und wir sagen, wo soll er leben bleiben, sagt er, ich bin kein Kommunist, und ich bin nicht leben, ich bin ein Arbeiter gewesen. Und noch ein paar Werte, und er ist weg. Weg. Zu den Lundgästen, wie viel liegt. Es geht nicht weg, ich kriege ein halbes oder halbes oder ein bisschen mehr, es geht rein, es geht nicht an den Gegenwart, ich kriege noch mal ein guter Trinkwasser. Und manche noch, was soll, Masse geben, Tegel, ich weiß, was soll, viel gefilter, viel zu tun, aber so, mit der Simcha die Hände in die Seite weglegt, du weißt, was soll ich nicht, wir stehen, die noch eine Elite, backenfacing wurde, und diese Seite nicht mehr, und die Simcha, die Kliniker nicht mehr, wo es sein und mehr, hier wird es vergessen, wo es sein und mehr, aber dann geht es einfach, wir müssen hier ein Halbes, Kilometer, da stehen Menschen und wer guckt und wer lacht und wer freigt sich und wer schweigt, nicht alle gelacht, nicht alle gefreit, alle anderen überlebt, wir kennen zusammen, sagst du nicht, nicht wie noch was, kann ich nicht. Wenn ihr das da seht, Sonntag in der Früh schon? Sonntag in der Früh. Was war ein Säger ungefähr? Das kann sein um acht Säger, um acht Säger, das kann sein um acht Säger, weil um sieben ist er durch, einer Säger umsatz hat und wir haben aber weggelaufen, die sind nicht nur überleben und wir berichten hin und die anderen fliegt wieder. Zweig, anderer Freitag, andere überleben, so ist sie nicht richtig, nicht hingetont, bin ich weggelaufen, ist tot, sind ich weiß, aber es ging rechtens tot angewendet. Und das sei, das sei Freiburg, das sei doch herrös und ich bin die Nachtkleider, das sei doch herrös, ich weiß, wie es nicht umgetan hat, aber es sei gelaufen, geholt, 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 schreit, komm und zu leifen, da liegt da, und ich komm nirgum gar da Hand weggelaufen, hab auch genommen da Hand weggelaufen und sie sind mir geholfen, haben wir aufgelegt und hab weggeführt, da sind mir noch etwas von hinten geholt, von meinen, ich weiß nicht, zu der Sanität Menschen werden mir geholfen, da weggelaufen und hab weggeführt, da darf nicht, dass sie bei seinen, und dort haben wir geholfen, dort sind der erste, komm im 41. Jahr, am 22. Juni, aber um 8, 9, 16, muss sein, der erste, wurde sich geholfen, der ist dabei, der ist dabei, ich besorgen ist dabei, und es ist dort, da sind die Panik, die Menschen leifen nachher, die Klugel haben gelaufen, die Menschen zu Baksala und die Nieder haben, und die anderen haben gesagt, hier haben wir einen Arbeiter, hier haben wir einen Arbeiter, hier haben wir einen Arbeiter, hier sollen die Kommunisten leben, hier haben wir keinen Kommunisten.